Ich werde es morgen lernen. So, jetzt... Brie...was? Briebani. Weil es vollhascht. Vollhascht? Ja, sowas ähnliches. Und was heißt nochmal irgendwas? Sarakurva. Alte Schlampe. Und weiter. Weiter, weiter, weiter. Ihr habt noch mindestens 30 Minuten Video. Hüffchen. Hüffchen. Also... Hüffchen zuerst mal. Das beginnt einer Karriere. Und zu meiner Multinationalität. Ich lebe auf den Philippinen. Yes! Ich bin aus Bali. Nein, ich komme aus Fehringer. Und ich lebe auf den Philippinen. Ich bin bloß am Sommer da. Dreieinhalb Monate. Was ist denn Familie? Bitte blöd. Gute Idee. Was? Mit dem Doro. Das war jetzt... Das ist der einzige Fehler, den ich in meinem Leben nicht... ...abblick gegangen habe. Ich glaube... Der einzige... Da reden wir nochmal. Ich sehe eine Sprache. Dein Kollege... Dein Kollege spricht Tacheles mit dir. Sorgenhaft. Das ist eine Familie, Mensch. Tacheles. Aho! Tacheles! Tacheles! Ah! Du Fachel! Also in meiner Familie hieß es immer Tacheles. Oh Gott! Das ist Schwäbisch! Hey Schwäbisch! Ich... Oh Gott! Ich werde jetzt ausufern. Ich setze mich wieder hin. Ich mag das einmal. Es ist immer so... Man muss doch mal auf Toilette gehen oder was? Der läuft immer so! Das ist ja so... 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 Lallelu! Nur der Mann im Mond schaut zu!